Es lebe der Friede der Völker! Es lebe der Sozialismus! Es lebe der Friede der Völker! Es lebe der Friede der Völker! Siehste mal vor, Ernst! Ihr Gruß aus Moskau! In einer Botschaft begrüßen Lenin, Sverdlov und Stalin die revolutionäre Erhebung in Deutschland als das Finale einer neuen Epoche, der Epoche der siegreichen Sozialismus! Menschenrecht, stärker wird die Signale auf zum letzten Gefecht! Die Internationale erkennt das Menschenrecht!